Eilmeldung für deutsche Rentner Bundeskanzler Olaf Scholz hat gerade eine bahnbrechende Initiative angekündigt, die das Leben von Millionen verändern könnte. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und finden, dass Ihre Rente auf 3.300 Euro pro Monat gestiegen ist. Klingt das zu gut, um wahr zu sein? Nun, bleiben Sie hier, während wir tief in diesen revolutionären Vorschlag eintauchen, der Schockwellen durch die deutsche politische Landschaft sendet. Aber zuerst möchte ich Sie fragen, wie würde eine derart dramatische Erhöhung der Renten die Wirtschaft beeinflussen? Und was noch wichtiger ist, was bedeutet das für Dich oder Deine Liebsten? Wir werden all dies und mehr erkunden, also stelle sicher, dass Du unseren Kanal abonniert hast und drücke auf die Benachrichtigungsglocke, um über diese sich entwickelnde Geschichte informiert zu bleiben. Nun, lassen Sie uns diese bahnbrechende Ankündigung auspacken. Kanzler Olaf Scholz, der für seinen pragmatischen Ansatz in der Regierungsführung bekannt ist, hat einen mutigen Schritt getan, um eines der drängendsten Probleme Deutschlands anzugehen, die finanzielle Sicherheit seiner alternden Bevölkerung. In einer überraschenden Pressekonferenz, die Anfang dieser Woche stattfand, hat Scholz einen umfassenden Plan zur Überarbeitung der gesetzlichen Rentenversicherung vorgestellt. Im Mittelpunkt dieser Reform steht ein erstaunlicher Vorschlag, die Mindestrente auf 3.300 Euro pro Monat für alle Rentner zu erhöhen, unabhängig von ihrem bisherigen Einkommen oder ihren Beiträgen. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die wachsende Besorgnis über Armut bei älteren Menschen, ein Problem, das durch steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Rentenanstiege in den letzten Jahren verschärft wurde. Scholz betonte, dass es bei dieser Initiative nicht nur um Zahlen geht, sondern auch um Würde und Respekt für diejenigen, die zum Aufbau eines modernen Deutschlands beigetragen haben. Unsere Senioren verdienen es, ihre goldenen Jahre ohne finanziellen Stress zu leben, sagte Scholz mit entschlossener Stimme. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche Maßnahme, sondern ein moralischer Imperativ. Die Ankündigung hat in der deutschen Gesellschaft Wellen geschlagen, mit Reaktionen von Jubel bis zu Skepsis. Befürworter des Plans argumentieren, dass es eine längst überfällige Korrektur eines Systems ist, das viele Rentner in Schwierigkeiten gebracht hat, um über die Runden zu kommen. Kritiker stellen jedoch die finanzielle Machbarkeit eines so großzügigen Programms in Frage und machen sich Sorgen über seine möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. Um die Bedeutung dieses Vorschlags zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und uns den aktuellen Stand des deutschen Rentensystems ansehen. Die 1889 gegründete gesetzliche Rentenversicherung ist seit über einem Jahrhundert ein Eckpfeiler des Sozialversicherungssystems. Sie wird auf der Basis von Umlageverkürfen betrieben, wobei die Beiträge der derzeitigen Arbeitnehmer die Renten der derzeitigen Rentner finanzieren. Allerdings haben demografische Veränderungen, einschließlich einer alternden Bevölkerung und einer niedrigeren Geburtenrate, dieses System zunehmend unter Druck gesetzt. Vor der Ankündigung von Scholz lag die durchschnittliche Rente in Deutschland bei rund 1.400 Euro pro Monat, mit signifikanten Schwankungen aufgrund von Faktoren wie Karrieredauer, Verdienstgeschichte und regionalen Unterschieden zwischen dem ehemaligen Ost- und Westdeutschland. Viele Rentner, insbesondere diejenigen, die in Niedriglohnsektoren gearbeitet oder ihre Karriere unterbrochen hatten, fanden sich mit Schwierigkeiten konfrontiert, die grundlegenden Lebenshaltungskosten zu decken. Die vorgeschlagene Erhöhung auf 3.300 Euro pro Monat stellt eine monumentale Veränderung dar, bei der sich das Einkommen vieler Rentner mehr als verdoppeln wird. Doch wie genau will Scholz dieses ambitionierte Vorhaben umsetzen? Die Kanzlerin hat einen mehrstufigen Ansatz skizziert, der Reformen des Steuersystems, eine Umschichtung der Staatsausgaben und Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums umfasst. Ein Schlüsselelement ist ein vorgeschlagener Solidaritätsbeitrag von Einkommensgebern und großen Unternehmen, der an die nach der deutschen Wiedervereinigung eingeführte Solidaritätsprämie erinnert. Dieser neue Beitrag würde speziell für die Pensionsfinanzierung eingesetzt. Darüber hinaus sieht Scholz eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters auf 68 im nächsten Jahrzehnt vor, ein Schritt, der seiner Ansicht nach notwendig ist, um die langfristige Nachhaltigkeit des Pensionssystems zu gewährleisten. Dieser Aspekt des Vorschlags hat bereits zu Debatten geführt, und die Gewerkschaften haben ihre Besorgnis über die Auswirkungen auf Arbeitnehmer in körperlich anspruchsvollen Berufen geäußert. Die Kanzlerin betonte auch die Rolle der Digitalisierung und Automatisierung bei der Finanzierung der erhöhten Renten. Durch die Investition in diese Bereiche hofft die Regierung, die Produktivität und die wirtschaftliche Produktion zu steigern und zusätzliche Einnahmen zur Unterstützung des Rentensystems zu generieren. Wir müssen die Chancen des digitalen Zeitalters nutzen, sagte Scholz, nicht nur für wirtschaftliches Wachstum, sondern auch um eine würdige Zukunft für alle Generationen zu sichern. Aber was bedeutet das für den durchschnittlichen deutschen Bürger? Für die derzeitigen Rentner wäre der Einfluss unmittelbar und tiefgreifend. Nehmen wir zum Beispiel Helga Schmidt, eine 75-jährige ehemalige Einzelhandelsagentur aus München. Derzeit lebt sie von einer Rente in Höhe von 1200 Euro pro Monat und muss sich oft zwischen dem Heizen ihrer Wohnung und dem Kauf von frischem Obst und Gemüse entscheiden. Nach dem neuen System würde sich ihr monatliches Einkommen fast verdreifachen, so dass sie nicht nur ihre Grundbedürfnisse decken kann, sondern auch kleine Luxusgüter genießen und vielleicht sogar öfter zu ihren Enkeln reisen kann. Für diejenigen, die noch in der Belegschaft sind, sind die Auswirkungen komplexer. Während das Versprechen einer wesentlich höheren Rente in der Zukunft attraktiv ist, bleiben Fragen offen, wie sich eine Beitragssteigerung auf die Einkommenserträge auswirken könnte. Insbesondere jüngere Arbeitnehmer fragen sich, ob das System auch im Rentenalter noch nachhaltig ist. Die Ökonomen sind sich über die möglichen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer so signifikanten Erhöhung der Renten uneinig. Einige argumentieren, dass mehr Geld in die Hände von Rentnern legen könnte, um die Konsumausgaben zu stimulieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Andere warnen vor dem Inflationsdruck und der Gefahr, private Ersparnisse und Investitionen zu disinzentivieren. Die eigenen Koalitionspartner der Kanzlerin, die Grünen und die Freien Demokraten, haben sich mit Bedacht für das Gesamtziel der Verbesserung des Lebensstandards der Rentner ausgesprochen, aber Vorbehalte zu einzelnen Aspekten des Plans. Die Verhandlungen innerhalb der Koalition werden intensiv sein, wobei jede Partei auf Anpassungen drängen wird, die ihren politischen Prioritäten entsprechen. Einer der umstrittensten Punkte dürfte die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters sein. Scholz argumentiert, dass dies notwendig ist, um das Gleichgewicht zwischen Beitragenden und Begünstigten im Rentensystem zu wahren. Kritiker argumentieren, dass es die Arbeitnehmer ungerecht belastet, insbesondere diejenigen in körperlich anspruchsvollen Berufen. Es wird ein flexiblerer Ansatz gefordert, der die Art der verschiedenen Berufe und die individuellen Gesundheitsbedingungen berücksichtigt. Ein weiterer Diskussionspunkt ist der solidarische Beitrag von Einkommensgebern und Unternehmen. Während viele dies als eine faire Möglichkeit zur Finanzierung der Rentenerhöhung sehen, sorgen sich andere um die möglichen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Markt. Wirtschaftsführer warnen davor, dass zusätzliche Steuern zu Arbeitsplatzverlusten führen oder Unternehmen dazu ermutigen könnten, in Länder mit niedrigeren Steuerbelastungen umzusiedeln. Trotz dieser Herausforderungen setzt sich Scholz weiterhin für die Umsetzung der Reform ein. In seinen jüngsten öffentlichen Auftritten hat er die moralische Notwendigkeit betont, im Alter würde zu gewährleisten und alle politischen Parteien aufgefordert, parteipolitische Differenzen für das Allgemeinwohl beiseite zu legen. Es geht nicht um links oder rechts, erklärte er in einem aktuellen Fernsehinterview. Es geht darum, unseren Gesellschaftsvertrag zu erfüllen und eine Gesellschaft aufzubauen, in der jeder ohne Angst altern kann. Die Kanzlerin hat sich auch aktiv mit verschiedenen Interessengruppen, einschließlich Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Rentnerorganisationen, auseinandergesetzt. Diese Diskussionen haben zu einigen Änderungen des ursprünglichen Vorschlags geführt, wie etwa der Aufnahme von Bestimmungen für Frühverrentungsoptionen für diejenigen in besonders anstrengenden Berufen. Während die Debatte weitergeht, fragen sich viele Deutsche nach den praktischen Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen. Es gibt viele Fragen, wie schnell könnten die neuen Rentensätze umgesetzt werden? Würde es einen stufenweisen Ansatz geben oder würde die Erhöhung auf einmal stattfinden? Wie steht es mit denjenigen, die bereits private Altersvorsorge abgeschlossen haben, wie würde das neue System mit den bestehenden privaten und betrieblichen Altersversorgungssystemen zusammenwirken? Um diesen Bedenken zu begegnen, hat die Regierung Pläne für eine landesweite Informationskampagne angekündigt. Dazu gehören Bürgerversammlungen, Online-Ressourcen und eine spezielle Hotline, um Fragen der Bürger zu den vorgeschlagenen Reformen zu beantworten. Scholz betont die Bedeutung von Transparenz und öffentlichem Engagement im Prozess, Das ist eine Veränderung, die jeden Deutschen betrifft, und jede Stimme verdient es, gehört zu werden. Da wir uns dem Abschluss unserer Erkundung dieser bahnbrechenden Initiative nähern, ist es klar, dass der Vorschlag von Kanzler Scholz ein entscheidendes nationales Gespräch über den Wert, den wir unseren Senioren beimessen, und die Art von Gesellschaft, die wir für die Zukunft aufbauen wollen, entfacht hat. Die Debatte berührt grundlegende Fragen der intergenerationalen Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und sozialer Solidarität. Ob der Plan in seiner aktuellen Form umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass die Rentenreform in absehbarer Zeit im Vordergrund der deutschen Politik stehen wird. Als Bürger ist es wichtig, informiert und engagiert in dieser wichtigen Debatte zu bleiben. Was halten Sie von Kanzler Scholz? Wie würde eine monatliche Rente in Höhe von 3.300 Euro Ihr Leben oder das Leben Ihrer Angehörigen verändern? Wir wollen Eure Gedanken und Erfahrungen hören. Teile sie in den Kommentaren unten und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um über diese sich entwickelnde Geschichte zu berichten. Ihre Stimme ist wichtig für die Zukunft des deutschen Rentensystems. Bei der Abschrift ist zu bedenken, dass der Weg zur Reform zwar komplex sein mag, aber das Ziel klar ist, sicherzustellen, dass jeder Deutsche mit Zuversicht und Würde in die Zukunft blicken kann. Bleiben Sie dran für Updates und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!